Hallo, ich bin Mighty Tywald und heiße euch herzlich willkommen zu meinem kleinen Video. Heute möchte ich euch gerne ein weiteres Erlebnis aus meiner Gaming-Historie berichten. Und zwar spiele ich aktuell den Football Manager 2010 von Seagames und hier ist mir ein, ja ich möchte sagen, ein relativ kurioses Tor passiert. Ich werde es euch jetzt einfach mal zeigen. Und zwar dieser Spieler, ich spiele Atlanta Bergamo, mein Spieler Andrea Konzikli ist mein Torwart und der hat hier ein Tor erzielt. Ja, das dauert ein bisschen. So, da unten sehen wir den Torwart mit einem langen Abstoß. Und der Ball geht direkt ins Tor. Der Tor ist leicht irritiert von meinem Angreifer, Stefan Ton. Ja, ich würde sagen, das ist relativ kurios, wer weiß. Vielleicht wird es sogar das Tor des Jahres. Mal schauen. Das war es auch vom heutigen Fundstück. Ich werde jetzt öfters einspielen. Also, wenn ihr wollt, abonniert mich, dann bleibt immer auf dem Laufenden. Und daran denken, mich gibt es auch bei Facebook. Tschö.